ich war um mein Freund hat mich gerade auf YouTube angemeldet ich bin mal bei Vivo-Fan, dort schlittert ein Abonnent, das bin ich übrigens ja und ähm dann und dann wollte ich hier ein Video mit ihm dann sagt es mir einfach und gut dann würde ich sagen, ich werde mit ihm vielleicht auch gleich ein Video machen über Minecraft oder so ähm über eine Pistenausvorstellung hab ich ja schon fast fertig bis dann Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Dominik Alper